Musik ZYADAH HAPPINESS VALA PLAN SAFE SHOP FAMILY KKE GHARO MEN ZYADAH TARAKKI OR ZYADAH KHUSHYAH LLEKAR AYA HAYA HAY पहले पेयाउट में ही हमें इस उच्साह की जलग दिख सकती है आईए सुनते हैं अपने डायरेक्ट सेलोस की कहानी डायरेक्ट दिल से ZYADAH HAPPINESS वाला प्लान के लॉंच के बाद आपका पहला पेयाउट कैसा रहा? ZYADAH HAPPINESS वाला प्लान बहुती शांदर प्लान फडू प्लान वर्ल का नंबर बन प्लान शेपशप का प्लान मारा पहला पेयाउट एक्स्पेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छा रहा है ZYADAH HAPPINESS वाला प्लान आशार प्लान आशार प्लान आमार सपनों एबंग चिंता धरा अनेक बर होये छे आमार पेयाउट आगे थिके अनेक भालो होये छे कारोन एचिवर करपास पेयाउट कंपेंसेशन पॉइंट आमार खुब भालो लेगे छे ज्यादा है PINESS वाला प्लान एमीटी एक प्लान जोटा कि आमोको सुजग देऊचे अधिकरो अधिकरो इंकम करिया आप यही प्लान रों मर प्रत्थम पेयाउट प्रमान कर देऊचि आमें आपको कहें कि ज्यादा से ज्यादा है PINESS वाला प्लान करेंगा यही प्लान रों सबुट भालो है उचि आमें अनल्लीमिटर इंकम करी पादिए इदे विच में अपना चोथा रहिंक जीव करेंगा जितना मेरा बहुत ही शांदार पेयोड आया है और इदे नाल साधी कमपरी दे और भी बहुत सारे सीनियस लोकां दे बहुत ही शांदार पेयोड आया है और इसमें दोस्तों ACPC fund मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए इसमें लगे रहे और इसमें फोकस करें जब से ज्यादा happiness वाला प्लान लांच हुआ है तब से मैं और मेरी टीम बहुत ज्यादा excited है और हमारी income जल्ज डबल हो गई है दोस्तों 13 सालों में मैंने करीबन 4 करो रूपय कमाया हूँ अभी एक सी दो सालों में कमा सकते हैं दोस्तों सेफ सप्रों नुवा ज्यादा happiness वाला प्लान लांच होते ही मेरे फर्स्ट वीक का चेक रेगुलर इंकम से तीन गुना ज्यादा उठाए इस प्लान का पहला प्याउट बहुत ही शांदार रहा पहतने रहा पहतने रहा और मेरे जीवन का मेरे केरियर का सबसे बड़ा प्याउट रहा und die Hunde und die Hunde. Ich möchte sagen, dass jemand nicht nur noch der Hunde ist. Der erste Payout war sehr schön und er hat uns sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich für die CCCC und die ersten Payout geschlossen. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, dass ich ein paar Monate lang kommen. Ich bin sehr glücklich, dass die Payout die meisten von anderen Menschen bekommen. Ich bin sehr glücklich, dass die ersten Payout die ersten Payout haben. Ich bin sehr glücklich. Ich habe einen guten Tag, der ich in diesem Jahr noch nicht gedacht habe. Ich habe einen großen Tag, der wir in diesem Jahr auch noch so viel, die heute ist der Tag, der die heute noch höchste Zeit ist. Ich habe einen großen Tag, der sich in diesem Jahr zu verändern. Ich habe einen sehr spannenden Tag gemacht. Ich habe einen Tag mit dem Tag mit meinem Haus und meiner Familie und ich habe viele Freude in meinem Leben. Ich habe einen Tag mit dem Tag mit dem Tag mit dem Tag mit dem Tag. Ich bin der erste Payout sehr gut und ich möchte, für uns sehr viel Glück und ich möchte, mit unserem Great Bahaan-Kamptorin Chef-Top, unserem Great Mentor und der ganzen Team-Kamptorin. Mit unserer Spektation, dieser Plan hat uns sehr viel getan. Und das ist mir sehr stolz, dass nur in einem Monat, nur eine ganze Woche, Das ist die erste Aufmerksamkeit, die ich für diesen Jobstadsfragen habe. Sie erzählen mir dieses Plan. Wir haben die ganz viel Aufmerksamkeit. Wir machen das einmal ein Stück, aber das ist ein Aufmerksamkeit. Wir haben hier ein paar Worte gemacht. Ich habe die ersten Rang mit dem Karapfund, die ich mit dem Karapfund, die ich mit dem Karapfund und die erste Rang mit dem Karapfund. Es ist eine große Herausforderung, eine große Herausforderung und eine große Herausforderung. Das ist das Wettbewerb, das ist das Wettbewerb, das ist das Wettbewerb, das ist das Wettbewerb, dieses Janek jeden Tag έχει dieindung. Ich war ein schwerer Mensch, mein Leben hat sich geholfen und ich habe die Möglichkeit bekommen. In diesem Plan können wir 10 Möglichkeiten bekommen. Erstmal hatten wir die Unlimited Income. Aber in diesem neuen Plan hatten wir die Unlimited Income. Wir hatten eine Unlimited Income, die wir 2 oder 4 Millionen bekommen haben. Aber wir haben keine Unlimited Income bekommen. Es ist eine Unlimited Income. Es ist eine Unlimited Income. Wir haben eine Unlimited Income bekommen. Ich sage wirklich, dass dieses Plan wiederherstellt wird. In diesem Plan ist es eine Unlimited Income. Wir sehen uns auch einen Produkt mit dem Unternehmen. Qualitäts, Pure Products, und in einem sehr schweren Preis, wie viele Unternehmen sehr wichtig sind. Die Welt ist ein weiteres Wettbewerb. Wir haben alle die Füchers gut und sehr gut. Aber die Füchers sind sehr gut. Ich bin sehr motiviert. ACPC, die die unsere Firma verhältst du sehr gut. Wir haben die Füchers gut. Wir haben die Füchers gut. Wir haben die größte Füchers gut. Wir haben die große Erwartung. Ich bin ein sehr guter, ich bin ein sehr guter und ich bin ein sehr guter. Die Menschen können sich ein Wettbewerb an ein Wettbewerb an. Sie können sich ein Wettbewerb an ein Wettbewerb an. Deshalb kann man sich die Wettbewerb an ein Wettbewerb an. Wir werden in einem Jahr in der SafeShop arbeiten und ein Wettbewerb an ein Wettbewerb an. Wir müssen in der Welt zurückkeieren, Es ist wichtig, dass wir mehr Menschen in der nächsten Zeit haben, damit wir die Netzwerk öffnen können, und wir können es mehr und mehr benötigen. Das war ein sehr schönes Film von Avidah Bachchan. Das war so. Ich habe eine Frage. Was ist ein Auto? Was haben wir hier? Was haben wir heute? Wir können heute sagen, dass wir hier ein BW haben. Und wenn wir so viel BW machen, dann werden alle BW kommen. Wir haben jetzt alles, was wir gedacht haben, das ist alles vollkommen, aber wir und unsere Team werden jetzt alles vollkommen. Und wir werden 100% und 100% vollkommen. Herr Schaaf, jetzt ist es Sanjeevli, aus dem Arthi Group, aus dem Arthi Group, aus dem Arthi Group. Wir sind alle aus dem Arthi Group, aus dem Arthi Group. Und ich habe seit 9 Jahren gearbeitet. Ich bin seit 9 Jahren gearbeitet. Ich möchte das alles geben. Keep working hard. Ich bin vor allem, dass es die Rance vor dem Arthi Group. Ich bin ganz bewusst. Wissen Sie ist absolut. Alles ich, etwas, was ich. Es ist ein Leben, das habe ich. Wir sind immer bei den Arthi Group und Zahlen. Ich komme auf den Arthi Group. Ich bin heartbe��. Und von den ersten Jahren, die sich in den ersten Jahren auf der ersten Jahren zu weit entfernen, Vielen Dank. Schafe Shop und in jeder Familie in jeder Familie Schafe Shop Wir haben viel Glück, wir arbeiten mit der Freude, wir arbeiten mit dem Freude und viel Spaß und viel Geld und mit dem Leben Schafe Shop Schafe Shop ist Gott's Business. Wenn du in dieser Business bist, ist ein Gott's Blessing. Und wenn du in dieser Business bist, dann ich denke, Gott lief dich. Schafe Shop im Unternehmen hat die Kraft und die Kraft ist ein Mensch mit einem Mensch. Wenn du mit dem Team arbeiten, mit dem Team arbeiten und mit dem Team arbeiten, dann kann man hier auch sein. Auch hier kann man hier auch sein. Wenn die Probleme kommen, wenn du nicht über die Probleme machen kannst. Wenn du nicht über die Probleme machen kannst, wenn du nicht über die Probleme machen kannst, dann geht es um die Möglichkeit, dass du nicht über die Probleme machen kannst, wenn du nicht über die Probleme machen kannst. Vielen Dank.